Hey, mein Name ist Sumit, ich bin Gründer und teile meine Learnings offen im Internet. Nach vielen Stationen von Agentur über Konzern bis Hyper-Growth-Silicon-Valley-Startup wollte ich mein Leben anders gestalten. Heute braucht es nicht mehr als Internet, um ein Business-Imperium aufzubauen, das unser Leben komplett verändert. Wir müssen nur den Laptop aufklappen und loslegen. Darum geht es im Minimal Empires Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Minimal Empires Folge 48 am Donnerstag, 19. Oktober. Heute nehme ich es auf, aber ihr hört es natürlich erst am Samstag. Es ist ja quasi Mitte Oktober. Ja, schon fast rum. Ich suche schon nach hässlichen Ugly Sweater für Weihnachten auf Twitter. Also wenn ihr Empfehlungen habt, dann sagt gerne Bescheid. Es gibt schon Lebkuchen in den Supermärkten, deswegen für mich ist es quasi Weihnachten. Aber heute wollen wir ein bisschen über frische Ideen für Side-Hustle sprechen. Das letzte Mal, dass ich eine Folge gemacht habe über Startup-Ideen, ist schon eine Weile her. Und ich schreibe mir immer auf, wenn ich irgendwie eine Idee habe oder was sehe oder wenn es mich auf irgendwas bringt, wo ich denke, das könnte eine valide Idee sein, dann schreibe ich die mal runter und dann packe ich die zusammen in eine neue Folge für euch irgendwann. Und heute ist wieder so ein Tag. Deswegen, wenn ihr aufs Ende des Jahres dann eben in der Dezemberzeit, wenn man vielleicht Urlaub hat und ein bisschen Zeit hat und auch Kapazität, Hirnkapazität hat, wenn ihr da einen Side-Hustle starten wollt, ähnlich wie es ich gemacht habe. Ich habe auch im Dezember angefangen, um die Weihnachtszeit rum. Dann habe ich heute ein bisschen Inspiration für euch. Vielleicht hilft es ja, so die erste Motivation oder den ersten Gedanken-Sparten-Stich in die richtige Richtung, Idee und Motivation zu bringen, damit auch du dein erstes Nebenprojekt starten kannst oder dein zweites oder drittes. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt rein damit. Also zuerst mal vorab, generell, wenn ihr euch Gedanken macht über eine Idee, dann ist eine Sache für mich persönlich immer wichtig und dass das Problem groß genug ist, dass andere Leute dafür bezahlen. Das weiß man nicht immer, deswegen muss man schnell validieren. Etwas, was ich hier regelmäßig predige natürlich, aber es ist nochmal wichtig, sich das zurückzurufen. Ich habe zum Beispiel mal an sowas gedacht wie Altglas abholen. Pfand und Altglas sozusagen. Es ist etwas, was ich persönlich immer, ja, Altglas und Pfand wegbringe, ja, für hier privat natürlich und das nehme ich an, machst du auch. Und ich habe mal überlegt, wäre es möglich in der Stadt, dass man einen Service macht, der das abholt, ähnlich wie der Sperrmüll, dass man in einer App oder wie auch immer sagen kann, hey, heute mal wieder abholen und dann kommt der vorbei, holt alles ab und dass man sich dann übers Pfand, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob das geht, übers Altglas finanziert. Und dann habe ich es mal einmal kurz grob durchgerechnet, was so ein Fahrer kosten würde und wie viele, sage ich mal, Haushalte er schafft pro Tag und so weiter, was es ungefähr kostet. Und dann sagen wir mal, also das sollte nicht for free sein. Ich habe überlegt, was würde ich dafür bezahlen und habe das versucht, so ein bisschen auszurechnen. Da habe ich es ziemlich schnell gemerkt, okay, das ist eher ein unprofitables Business. Aber dass man sich das vorher überlegt einfach, ja, ist der Need groß genug, dass andere dafür bezahlen und wie viel ungefähr und was kostet es mich grob und so weiter. Das ist so eine ganz essentielle Geschichte, auch wenn davon nicht alles im Vorfeld gesagt werden kann. Natürlich gibt es noch viel mehr Rahmenbedingungen, die deine Idee beinhalten sollte, zum Beispiel B2C oder B2B, welche Skills du hast, muss man dafür programmieren, muss man dafür verkaufen, Marketing, passt es zu dem Lifestyle, den Lifestyle, den du gerne hättest, ist es was, was man vielleicht verkaufen will oder ist es was Kleines, bla, bla, bla und so weiter. Da gibt es ganz, ganz viel. Aber darum soll es heute nicht gehen. Das Hauptding ist, von jeder Idee, dass man ein Business startet ist, sind andere Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen. Und genau, dann fangen wir mal an. Erste Idee, erstes Projekt sozusagen, was ich auch gerne mal machen würde, aber mir fehlt so ein bisschen die Zeit. Und das ist nicht unbedingt, also das ist jetzt keine Idee, die niemand anders hat, aber nichtsdestotrotz ist es sehr valide, vor allem als Nebenprojekt, und zwar eine Nische, Nisch-Content-Site oder Newsletter. Davon gibt es ohne Ende ganz, ganz viele, aber die funktionieren auch gut. Und für diese Destination sollte man eben der Go-To-Topic sein. Oder für den Topic sollte man die Go-To-Destination sein. So, das wollte ich sagen. Beispiel eine Diablo-4-Seite, also ein Computerspiel auf Deutsch. Oder Border Collie-Haltung in Hamburg. Oder Segelkultur Norddeutschland. Ja, das sind alles so super Nischen, wo natürlich der Markt entsprechend limitiert ist, aber in dieser Nische kann man halt komplett dominieren. Und das muss nicht, also das kann so eine Nische sein, aber in meinem Bereich zum Beispiel, und das ist was, was ich eben gerne machen würde, das wäre mehr so im Tech-Bereich. Also sowas wie entweder eine Tech-Tutorial-Seite, also man nimmt dann sowas wie Stripe oder irgendein Tool, das man benutzt, irgendeine Tech, und macht da eine Seite für Tutorials und Dokumentationen. Und das ist umso besser, wenn die Dokumentation von der Technologie selbst schlecht ist. Und da gibt es einige da draußen. Also dass man da die beste Destination im Wert macht dafür, das ist möglich. Aber auch sowas wie, überleg dir, welches Software oder welches Tool du ständig benutzt. Täglich im Idealfall. Und im Idealfall was, wo du gar nicht, ohne dass du gar nicht leben kannst. Und dann guck mal nach, ob die ein Affiliate-Programm haben. Wenn ja, mega geil. Wenn nein, dann schreib sie an. Das ist nämlich sehr wichtig dafür. Und dann mach die beste Webseite im Internet über dieses Tool. Und da einfach alles abdecken an Informationen, Tipps, Tricks, Tutorials, Templates, sowas wie Getting-Started-Guides und sowas. Alles Mögliche. Einen Haufen, einen Haufen Mehrwert schaffen für alle. Das im Speziellen, dass man eine Topic-Seite über ein Tool macht und so weiter. Das habe ich auch auf Twitter gelesen. Ich weiß nicht mehr von wem, aber der hat genau das auch gesagt. Und dann natürlich immer einen Link zum Kaufen, vielleicht sogar noch mit einem Discount. Und dann wird es finanziert über Affiliate-Provisionen und so weiter. Und davon gibt es wirklich einige, die machen Millionen im Jahr, weil sie das machen mit Photoshop oder mit Excel zum Beispiel. Also das würde ich definitiv ausprobieren. Ich persönlich würde es ausprobieren wollen. Ich würde auch empfehlen, es auszuprobieren, weil die Hürde extrem niedrig ist. Was brauchst du dafür? Du brauchst einen WordPress-Blog, kriegst du for free. Okay, einfach registrieren, WordPress.com oder irgendeinen anderen Blog. Muss man gar nichts großartig machen. Man kann sofort anfangen zu schreiben. Haupt-Customer-Acquisition wäre natürlich SEO, Google. Kann dann vielleicht auch da, wo die potenziellen Kunden der Software, über die man schreibt oder des Tools, über das man schreibt, rumhängen. Es kann Twitter sein, es kann Reddit sein, wo auch immer. Genau, also das finde ich eine mega gute Idee. Aber das ist eben Content. Das heißt, man muss da viel schreiben. Aber wie gesagt, dafür ist die Hürde sehr niedrig und das gibt es auch schon sehr viel. Also man muss sich so ein Tool raussuchen, wo es das eben noch nicht gibt. Und da kann man auch überlegen, also man muss sich ein Tool raussuchen, wo es es noch nicht gibt. Aber da ist die Konkurrenz natürlich niedriger, wenn man es jetzt für Excel macht oder für Photoshop. Also sehr weit verbreitete Tools, wo es auch schon sehr, sehr, sehr viel Content dazu gibt. Dann würde ich mir, ich persönlich zumindest, würde mir überlegen, dann mit der Sprache zu differenzieren. Weil wenn ich es auf Englisch mache, wie gesagt, da werde ich es nicht mithalten können. Auch nicht mit den Seiten, die bereits starkes SEO-Game haben und so weiter. Da würde ich dann gucken, dass ich es auf Deutsch mache. Ganz im Speziellen eben, weil die Tools so groß sind und weil selbst die deutsche Audience nur von Photoshop groß genug ist als potenzielle Kunden für ein Nebenprojekt, für ein Side-Hustle. Aber wenn man dann ein kleineres Tool nimmt, irgendwas, was nicht so häufig benutzt wird, sowas wie Raycast, kennen die meisten vielleicht von euch gar nicht, oder Things, dann, also das sind Tools, die ich jeden Tag benutze, die ganze Zeit, dann ist die Konkurrenz auch ein bisschen niedriger. Weil das halt international, weil es nicht so groß ist wie Excel und Photoshop, sagen wir es so. Okay, das ist Content und Newsletter für eine Nische. Dann Open Source Library mit Enterprise Support und Consulting. Also das ist für die Entwickler unter euch eine Open Source Library zu pflegen. Das machen viele Entwickler gerne. Das macht einfach Spaß. Es wird irgendwann ziemlich nervig und Leute wollen immer mehr von einem und man wird dafür nicht bezahlt und so weiter. Aber am coolsten ist eigentlich, wenn man es schafft, eine Open Source Library zu bauen, die wirklich auch in großen Firmen genutzt wird. Und dann bietet man eben Enterprise Support und Consulting an, an diese großen Firmen, um damit besser zu werden. Dann ist immer die Frage, wie mächtig ist diese Open Source Library. Das kann eine Nische sein, so wie ich das mit Leaflet Geoman gemacht habe, die mittlerweile sehr, sehr mächtig geworden ist. Ist es sowas wie ein Framework vielleicht, wie Vue.js, React, was natürlich heftig ist für eine Person. Oder ist es vielleicht mehr eine Utility wie Lodash oder DateFNS. Da wird man kein Enterprise Support verkaufen können oder sowas. Aber vielleicht kann man sich dann nebenher ein Freelancer Business aufbauen und die Open Source Library ist sozusagen ein Acquisition Kanal für das Freelancer Business. Aber wenn ich darauf targete, ich will eine Open Source Library machen und über Enterprise Support und Consulting Geld verdienen, dann würde ich etwas nehmen, was auch dann wirklich von Enterprises genutzt wird. Im Idealfall arbeitet man selber in einem Konzern und sieht den Pain und baut dann eben in seiner Freizeit eine Lösung dafür im Open Source Bereich. Dann etwas, was ich glaube, was fast jeder machen kann, wenn man bereit ist, sich einzuarbeiten, ist Producer für YouTube und Podcast Creator. Das ist was, wo ich selber auch für bezahlen würde, wenn der Need noch offen wäre oder wo ich auch jetzt dafür bezahle. Und das ist einfach, es gibt viele Creator, die konzentrieren sich aufs Content erstellen selbst, aber haben keine Zeit oder keinen Nerv dafür, das Ganze drumherum noch zu machen. Da zähle ich mich dazu. Ich sitze einmal die Woche hierhin, spreche 20 Minuten in die Kamera, manchmal auch eine Stunde. Genau das gleiche bei Parkett als Friday Fireside, als Livestream am Freitag. Und ich habe aber super viel zu tun drumherum. Das heißt, ich kann nicht extrem viel Zeit in Editing stecken, ich kann nicht extrem viel Zeit in Thumbnails stecken, in Titel, in Beschreibungen, in Testen davon, gucken, wie das läuft und so weiter. Ich gucke so gut wie nie in meine YouTube Analytics oder irgendwas. Das heißt, ich brauche einen Produzent, jemand, der das alles drumherum macht. Dem gebe ich die Pfeil, wenn ich fertig bin, mit Aufnehmen und der oder die editiert, macht die Thumbnails, überlegt sich schöne Titel, macht Beschreibungen, macht die Shorts dazu, fängt dann das zu verbreiten, zu verwerten, macht vielleicht Shorts für Instagram, Shorts für TikTok, Shorts für YouTube und so weiter und so weiter. Und kommt dann auch vielleicht mit neuen Ideen. Hey, guck mal, der Topic hat sehr gut funktioniert, dieser Topic hat gut funktioniert und so weiter. Das ist mega, mega hilfreich und ich glaube, da kann man sich eine tolle Karriere aufbauen als Freelancer, Freelance-Produzent oder vielleicht auch mit Anteilen an dem Podcast und so weiter. Das kommt immer darauf an, wie man es macht. Natürlich wäre es gut, wenn man dann schon Erfahrung hat im Editing und so weiter. Aber es muss nicht mal, das Editing meiner Meinung nach muss nicht unbedingt dabei sein. Das kann man auch separat auslagern an Freelancer mit Editing und dann hast du einen separaten Producer. Das sind zwei unterschiedliche Skillsets, wenn es eine Person kann, nice, aber das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Und allein dieses, also ich konzentriere mich gerade auf dieses Producer-Ding von YouTube, was ich jetzt hier als Idee sagen will, dass man eben das ganze Hochladen übernimmt, auch die Ads schalten, Werbepartner vielleicht finden und, und, und. Das Ganze drumherum. Das ist was, was, glaube ich, für viele Creator sehr wertvoll ist, vor allem, wenn die einfach generell busy sind und dann nebenher noch einen Podcast schalten wollen oder solche Sachen. Ich bin, wie gesagt, ein Beispiel dafür, wo das gebraucht ist. Ich habe jetzt noch keinen Produzent oder so. Ich mache das alles zusammen. Also ich habe jemanden, die editieren und laden hoch und so weiter, machen auch Shorts und alles und testen jetzt Thumbnails und so. Wir sind noch nicht so weit mit Werbepartnern oder sowas, aber wer weiß. Das heißt, es ist jetzt nicht diese klassische Produzentenrolle, aber eher Editing und dann geht es in die Richtung. Und das ist schon, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Falls es schon eine größere Firma ist, kann man natürlich auch jemanden einstellen dafür. Aber jetzt du, der ein Nebenprojekt sucht, sowas, glaube ich, brauchen viele Creator, vor allem, wenn sie noch irgendwo am Start sind, unter 10.000 Follower oder irgendwie sowas. Genau. Und wenn man es dann öfter gemacht hat und so ein bisschen die In's und Outs kennt, man kennt dann irgendwann YouTube, man weiß, was geht, man weiß, wie man ungefähr Thumbnails macht und so weiter, dann kann man das auch für mehrere Leute machen. Und dann kann man halt tatsächlich wirklich dem Creator viel, nicht nur Arbeit abnehmen, sondern halt auch noch Rückenwind geben, dass der Channel entsprechend groß wird und so weiter. Also das, glaube ich, ist eine coole Art, ein Nebeneinkommen aufzubauen. Dann wieder was für Programmierer, nämlich Plugins für große Plattformen. Große Plattformen gibt es ja einige. WordPress ist sowas. Shopify sind so bekannte Dinge. Da gibt es natürlich viele Plugins und Extensions und die verdienen Millionen im Jahr. Also, weil man eben Plugins für Businesses macht und die brauchen das und bezahlen dann auch mal 100 Euro im Monat dafür oder 500 Euro im Monat, je nachdem, was es ist. Und das Gleiche, meiner Meinung nach, kann man auch für Stripe machen. Da habe ich schon mal eine Idee hier geteilt. Stripe hat jetzt auch einen Marktplatz gemacht und man kann Apps dafür machen. Entschuldigung. Und also Stripe ist ja ein Payment-Anbieter. Und ich glaube, da gibt es viele Probleme, die die lokal nicht lösen. Also, was ich damals gesagt habe, war valide Rechnungen für deutsche Unternehmen, die Stripe nutzen. Stripe hat mittlerweile aufgeholt, was die Rechnungen betrifft. Deswegen bin ich sicher, wie valide die Business-Idee noch ist. Aber nichtsdestotrotz, Stripe ist weltweit aktiv. Und es gibt immer noch, also ich sehe das auch, Leute, die Businesses starten, die da drauf basieren, dass man zum Beispiel Stripe geil mit Date verknüpft oder so. Also, dass man sich speziell für eine Nische optimiert und das dann da macht, das finde ich sehr gut. Also, ob das jetzt ein Plugin ist oder eine Abstraction, also einen Layer auf Stripe drauf, dass man halt sagt, hey, wir sind ein Payment-Anbieter für Deutschland. Und nutzen aber im Hintergrund Stripe auch sichtbar zum Händler, dass der Händler die Verträge mit Stripe macht, dass man nicht selber so ein Zahlungsprovider wird, weil das erfordert alle möglichen Lizenzen und so. Sondern, dass man lediglich so eine Art Software-Provider oder Plugin mit Stripe ist. Das heißt, der Endkunde benutzt trotzdem Stripe, aber man baut halt Software drumherum, damit es sehr gut in dem speziellen Markt funktioniert. Sagen wir Deutschland, mit den Payment-Methoden, hier mit anständigen Rechnungen, mit Anbindung an Dativ und, und, und. Das ist so ein Beispiel. Und das kann man aber für alle Plattformen machen. Also, egal, ob das Shopify ist, WordPress, JetGPT, was auch immer für Plattformen da sind, mit der man sich auskennt, mit der du dich auskennst. Da ein Auge drauf haben, welche Businesses diese Plattform nutzen und was die brauchen. Und vielleicht sogar eben was, wo du eine spezielle Nische ansprechen kannst. Ich persönlich, das merkt ihr langsam, mag das, mich auf eine demografische Nische zu beziehen. Also, in dem Fall deutsche Firmen, weil man sich da leicht, also sehr leicht abheben kann von jetzt Konkurrenten aus dem Ausland. Allein schon mit der Sprache oder mit den speziellen Requirements, die deutsche Firmen hier haben und so weiter. Deswegen, das gefällt mir sehr gut. Das wäre auch was, was ich persönlich angehen würde. Hätte ich die Zeit oder hätte ich jetzt morgen keine Firmen mehr oder sowas, wäre das definitiv eine der Ideen, auf die ich gucken würde. Dann auch nochmal für Techies, ich weiß nicht, ob euch das was sagt, aber es gibt so Cloud-Hoster wie AWS. Das sagt euch sicherlich was. Amazon Web Services, wo das halbe Internet drauf hostet sozusagen. Und auf AWS gibt es wiederum Abstraktionen, weil nicht alle Leute AWS nutzen wollen, da zähle ich mich dazu. Sowas wie Vercel oder Render. Das sind auch Hosting-Firmen, die benutzen einfach nur AWS, aber machen es einem viel einfacher, darauf aufzusetzen. Man zahlt im Prinzip nochmal extra und die machen noch ein bisschen Sugar drumherum, ein bisschen Magic hier und da, aber im Endeffekt ist es sehr, sehr einfach zu benutzen. Es wirkt wie ein sehr simpler Hoster und unter der Motorhaube benutzen die auch einfach AWS. Also eine Abstraktion drüber und das finde ich auch sehr, sehr valide und das ist auch was, was ich mag, weil ich mag Komplexität simpel zu verpacken in schöne Usability und das ist genau sowas und das aber als Open Source. Vercel und Render und andere sind natürlich nicht Open Source, das sind große Firmen mit viel Funding mittlerweile, große Startups mit viel Funding, die signifikante Verträge und Firmen und Firmengrößen und so weiter haben und für die hosten. Aber das als Open Source und dann gibt es eine Hosted-Version, für die man bezahlen kann, aber man kann es auch einfach selber hosten und sich einen Server bei Heads nachholen oder whatever, da das OSS, das Open Source, die Open Source Plattform quasi launchen. Und das macht nichts anderes als auf AWS entsprechendes Zeug aufzusetzen, aber eben in einem viel, viel, viel nutzerfreundlicheren Umfeld. Also Vercel oder Render als Open Source Version, das glaube ich wäre sehr nice. Gibt es soweit, ich weiß nicht. Dann etwas, was ich letztens getwittert habe, da bin ich mir noch unsicher, wie valide ist es bezüglich Monetarisierung, aber Kleinanzeigen als Service. Das ist auch was, was ich selber brauchen könnte. Ich habe immer wieder Sachen, die ich gern verkaufen würde. Es staut sich über die Jahre an oder Dinge, die man mal gekauft hat, dann probiert man sie. Zwei, drei Monate, dann ist es doch nicht so, aber man kann es auch nicht mehr zurückschicken und dann landet es halt im Keller. Aber mein Keller ist voll mit so Zeug. Nicht nur wegen mir jetzt persönlich, sondern ich habe eine Familie und über die Jahre staut sich da entsprechende Sachen an. Aber ich habe auch keinen Bock, das rauszuholen, Fotos zu machen, Beschreibungen zu machen, dann Kleinanzeigen, da rumzuverhandeln, die Leute alle kommen lassen und, und, und. Da habe ich weder Zeit noch Bock drauf. Was ich gerne hätte ist, jemand nimmt das ganze Zeug, macht genau das, verkauft es und behält einen Cut. Egal wie, also, ich weiß nicht, was ein fairer Cut ist, 10%, 50% oder 20%, aber mindestens 50 Euro oder was auch immer es ist, ja, ich weiß es nicht genau. Aber dass das einem abgenommen wird und dass dann nur gesagt wird, okay, hier, ich habe einen Haufen Zeug, hol es ab und verkauf es und alles, was du nicht verkaufen kannst, bringst du wieder und alles, was du verkaufen kannst, da behältst du den entsprechenden Cut. Das finde ich, finde ich auch, finde ich mega nice. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, wie valide das ist oder nicht valide von den Unit Economics, also, ja, von den Zahlen her. Müssten wir mal durchrechnen und gucken, was die Leute bereit sind dafür zu zahlen oder wie groß der Cut sein muss oder wie viel Aufwand es dann tatsächlich ist. Aber es ist halt auch was, was jeder einfach starten könnte, vor allem, wenn du oder dein Partner oder wie auch immer sowieso auf Kleinanzeigen öfter mal verkaufen, da ist sowas natürlich nice. Ich habe hier eine Nachbarin, die das jetzt für uns macht und da eben einen Cut behält, aber ich weiß gar nicht, wie hoch der Cut ist, aber sie rechnet das auch nicht gegen Aufwand, sondern sie macht das einfach gerne. Aber das ist so ein perfekter Start, um sowas mal auszuprobieren und zu gucken, was da rumkommen kann. Dann gibt es natürlich noch, dass man einfach ein bestehendes Business kopiert. Und damit meine ich nicht kopieren im Sinne von stehlen oder klauen, sondern sich an der Idee inspirieren lassen, den eigenen Flavor noch drauf machen und dann loslegen. Und da kann man zum Beispiel in den USA gucken, was ist ein kleines US-Startup, das sehr gut funktioniert und dann adaptieren und für Deutschland launchen. Mit Deutsch, Targeted wieder an deutsche Unternehmen oder Privatpersonen, deutsche Texte und so weiter. Wie gesagt, es ist super lokalisiert, wo das US-Unternehmen gar nicht großartig mit dir konkurrieren kann, außer sie machen hier richtig ein Office auf und so, was die wenigsten machen. Und da kann man sich einfach mal Inspiration raussuchen. Geht mal auf Indie-Hackers und sortiert da die Produkte, die es gibt, nach Umsatz. Höchste zuerst und dann scrollt er einfach durch. Da gibt es ohne Ende Ideen für Businesses, die funktionieren. Ihr seht es an Verified Revenue, also es ist connected zu Stripe. Und da steht dann, hey, das ist verifizierter Umsatz, das Produkt macht 10.000 im Monat Umsatz oder das hier macht 50.000 im Monat oder 500.000 im Monat. Und dann könnt ihr gucken, kann ich das bauen, kann ich da competen, wie sieht das Produkt aus, kriege ich das für Deutschland hin, macht das Sinn für Deutschland, kann ich es besser, habe ich eigene Ideen, die ich da hinzufügen kann und so weiter. Da kann man sich sehr viel Inspiration holen. Den Link dafür mache ich in die Videobeschreibung bzw. Shownotes. Könnt ihr euch gerne angucken. Wie gesagt, ich bin völlig dagegen, dass man einfach sagt, ich stehle jetzt die komplette Seite, Idee und so weiter. Ich glaube, damit wird man sowieso scheitern, weil wenn man keine eigenen Ideen für Produkt, Marketing und so weiter hat und da keinen eigenen Flavor macht, dann rennt man sowieso die ganze Zeit hinterher und dann wird es nichts großartig. Man braucht schon selber ein bisschen Kreativität und Energie, aber als Inspiration und vor allem, hey, was funktioniert, wo gibt es denn Leute, die bezahlen, da funktioniert es sehr gut. Ich persönlich würde es wahrscheinlich auch so machen in Zukunft, dass ich da einen stärkeren Fokus drauf habe. Das heißt nicht, dass ich automatisch ein Businessmodell nehme, das schon funktioniert. Mit Parkett und Leaflet Geoman habe ich es ja beides nicht gemacht. Das waren welche, wo es davor kein Beispiel gab für, hier ist ein Portfolio-Tracker und der läuft profitabel oder so, zumindest keiner, der mir bekannt war. Ich glaube, es gab in den USA Portfolio-Tracker, aber ich hatte keine Ahnung, sind die profitabel, funktionieren die. In Deutschland gab es noch keinen, der das so macht wie wir oder der Geld verlangt hat. Deswegen waren das neue Sachen, für mich zumindest und ich habe mir da kein Beispiel an was anderem genommen, an was existierendem. Aber wenn ich jetzt von vorne starten würde, dann würde ich auf jeden Fall dort auch gucken. Und das heißt nicht, dass ich unbedingt eins davon mache. Ich habe auch selber einige Ideen, aber ich halte es für sehr, sehr valide und wer weiß, vielleicht wäre das dann was. Also da definitiv mal drauf schauen. Wie gesagt, Link in der Videobeschreibung und in den Show Notes. Gut, das sind die ganzen Ideen. Eine Sache ist nicht auf der Liste und vielleicht habt ihr euch gefragt, warum zur Hölle ist AI nicht auf der Liste? Irgendwas mit AI ist gerade überall da, alle starten Firmen und so weiter, aber es ist explizit nicht auf der Liste. Und ich sage euch auch warum, weil ich der Meinung bin, dass AI gerade so einen Gold Rush hat. Also alle rennen da drauf hin und die offensichtlichen Sachen werden gerade 500 Mal gemacht. Das ist ein extremer Kampf. AI entwickelt sich auch so schnell, dass man die ganze Zeit da dabei bleiben muss. Und dass man in sechs Monaten überhaupt noch die neueste Tech hat und man da nicht überrollt wird von der nächsten Welle. Also es ist unfassbar schwer überhaupt mitzuhalten mit der Technologie. Wenn man dann ein Produkt hat, auch so schon ist es schwer genug, aber wenn man dann noch ein Produkt hat und man muss es weiterentwickeln und so, dann ist es sehr, sehr schwer mit der Technologie Schritt zu halten. Und dazu kommt, dass es ultra competitive ist, weil es ist ja kein Mode. Die AI-Tools gibt es da, du machst irgendwas mit AI. Ja, fein, aber das kann jeder andere auch. Das heißt, es gibt kein Burggraben, nichts, was irgendeine Hürde ist oder sonst irgendwas. Man wird einfach komplett, man hat komplett offene Flanken, was das betrifft. Und sobald es cool ist, kommt der Nächste rein und jeder raised Geld mit AI. Das heißt, wenn du neben Projekt startest, bootstrapped und jemand sieht, dass es funktioniert und es ist irgendwie profitabel, okay, dann kommt der Nächste rein, holt irgendein Funding da rein, haut 30 Mitarbeiter drauf und klatscht dich weg. Das ist so, AI ist aktuell noch so, alle rennen dahin, da bleibe ich lieber hinten, ich persönlich und gucke zu, sollen alle mal machen. Und wenn es dann soweit ist, wenn man merkt, okay, da gibt es ein paar Plattformen, AI-Systeme und so weiter, die sich herauskristallisieren, die bleiben lange da, auf denen kann man aufbauen, die Entwicklung von AI ist ein Ticken langsamer geworden, sodass man zumindest mal ein Jahr mithalten kann, ohne dass es jede Woche irgendwas Neues gibt oder einen neuen Release gibt. und die offensichtlichen Sachen wurden alle gemacht und dann kann ich überlegen, okay, welche Nische kann ich denn jetzt damit bedienen, wo ist es noch nicht drin oder habe ich spezielle Ideen, die da mit einhergehen. Das heißt, für mich persönlich oder jemand, der bootstrappen will und oder ein Nebenprojekt starten will, glaube ich, ist AI zu schnell, zu fast paced, wo man nicht mithalten kann, vor allem mit wenig Kapital, weil den Unterschied macht dann Marketing am Ende des Tages und da, glaube ich, tut man sich keinen Gefallen damit. Das heißt nicht, dass es nicht funktionieren kann. Es gibt gute Beispiele von den üblichen großen Indie-Hackern und Bootstrappern, die man so kennt, Peter Levels oder Danny Postmar heißen die, denen folge ich auf Twitter. Die haben AI-Tools gelauncht und kompeten dabei, die sagen genau das Gleiche. Es ist super schwer, mit der Tag mitzuhalten. Es ist kein Mode, jeder kann es einfach nachmachen. AI sozusagen kann jeder, weil es einfach verfügbar ist. Die waren jetzt erfolgreich damit und haben auch Kohle damit gemacht, aber es geht auch direkt wieder runter. Dann kommt das nächste Tool und der nächste Hype und die nächste AI und so weiter. Das heißt, ja, man kann damit dann mal vielleicht auch temporär ein bisschen Kohle machen, aber man muss auch Vollgas geben und die sind halt auch Vollzeit dabei. Also da ist es nicht so, dass man das einfach mal nebenher machen kann. Deswegen, wir reden hier von einem Nebenprojekt, dass ihr dann auf der Couch neben dem Weihnachtsbaum anfangt und so ein bisschen ein, zwei Stunden am Tag anfangt zu bauen. Da ist AI ja nichts dafür. Deswegen hat es es nicht in die Liste geschafft. Ich hoffe, dass diese Ideen und Gedanken etwas Inspiration reingebracht haben für euch und für euer Side-Hustle und eure Ideen in diese Richtung. Eine Sache wollte ich noch sagen, heute ist Donnerstag, heute Abend habe ich einen Talk. Wenn ihr das hört, letzten Donnerstag hatte ich den ersten Minimal Empires Talk. Der war von mir selber, weil ich erstmal alles ein bisschen so testen will, aber im Prinzip ein Vortrag in der Minimal Empires Community für die Community. Hier geht es darum, wie ich persönlich mehrere profitable Nebenbusinesses aufgebaut habe und das geht von allem von Validierung, Zeitmanagement, Ideen und so weiter. Darüber halte ich einen kleinen Vortrag, ca. 45 Minuten, danach noch Q&A. Ich beantworte alle Fragen, die dann so kommen in der Community. Und das wird aufgenommen und ist dann auch verfügbar für alle Community-Member. Das heißt, falls ihr in der Community seid, vielleicht habt ihr den Talk gesehen. Wenn nicht, wird er verfügbar sein für dich zum Nachschauen. Und falls ihr euch überlegt, in die Community zu kommen, bzw. das in Zukunft irgendwann tut, auch dann ist dieser Vortrag für euch bereit und ihr könnt ihn jederzeit anschauen, wenn ihr Mitglieder seid. Und das ist nur der erste Talk. Ich habe den persönlich gemacht, weil ich es ausprobieren wollte und gucken wollte, wie es funktioniert, auch mit der Organisation und so weiter. Aber der Plan ist natürlich, dass wir da externe Experten reinholen, die verschiedene Themen behandeln, so dass die Minimal Empires Community nicht nur ein toller Ort ist für den Austausch unter Gründern, sondern auch, wo man einen Haufen Mehrwert durch eben externe Speaker bekommt, die Experten sind für bestimmte Themen und darüber einen Vortrag halten und entsprechend auch über Q&A die Fragen der Mitglieder und Gründer beantworten. So viel dazu. Das war es für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.